Die ist einzigartig, ist so eine Ausnahme, ist die schönste Stadt, die ich kenne, hat auch die höchste Lebensqualität, ist eine Stadt, in der so viel möglich ist, ich kann mich als Frau sicher fühlen, ich kann in der Nacht alleine nach Hause gehen und damit das so bleibt, muss Bürgermeister Michael Häupl wieder Bürgermeister werden, also daher natürlich für Häupl und die Sozialdemokraten, er hat es bis jetzt so wunderbar gemacht und er wird es weiter wunderbar machen. You're simply the best, better than all the rest. Vielen Dank.